Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Drei und drei? Sechs, oder? Ne, acht. Es sind alles Primzahlen. Ähm, sind es wirklich alles Primzahlen? Äh. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Es kann nichts, es kann einfach... Ich muss binär denken. Ähm. Kommt in der Automat. Machen wir mal den Hebel drei. Das hier gab's schon mal. Ja. Was ist denn jetzt das hier einfach auch noch? Es sind alles Primzahlen. Warte mal, was ist mit der Knopfstange? Vielleicht können wir mit der Knopfstange irgendwas machen? Den Hebel mit dem... Nicht nötig. Jetzt steht er aufgespült. Schmacklos. Einmal Zuckerwatte mit dem. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst neben mir. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Einmal Zuckerwatte. Die Maschine und kann hinnehmen. Ja. Ja, aber... Ich glaube... Ich bevorzuge... Ich bevorzuge... Oh, Mann. Kaugummi-Watte-Watt. Haben wir doch einen Kaugummi? Ich weiß es gar nicht. Hm. Ist wohl nichts mehr drin. Hm. Ich muss jetzt mal wieder die Decke herausziehen. Ich würde sogar... Wenn er eine geklebt kriegt. Wer gern zu Hause mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Hm. Ah, 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 ah. Ah, das macht wahrscheinlich gar nichts. So. Oh, mein Gott. Ich brauche mehr Licht. Ja, aber wie denn, Mann? Lass es mir das dann hinhalten. Das wird ja eh nichts bringen. Nein! Hey, ich dachte, ich hätte hier einen Kran gelassen. Es gibt's doch nicht Himmel, sonner Ka... Ja, klar, komm. Leck mich. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Moseik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Oh, schall. Kein Problem. Das habe ich eben nur zusammengepuzzelt. Das ist eigentlich ganz, ist eigentlich ganz cool. So. So. Äh. So. 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 Es ist... Können wir die zwei? Nein. Nein Nein das war nur gesteckt das ist richtig kann nur in dieses kleine Loch der Kassen oder auch nicht St ich bin es nicht dass sie mit solch knallhart es gibt es nicht hier passt nicht hier passt nichts die wollen uns doch verarschen willst du mich verarschen jetzt momo 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 mädchen mal so wie er will die nein es macht spaß es ist doch nicht wüsste ich gar nicht dass man das drehen kann zack so jetzt gelb muss gelb hier nein aber vielleicht kommt das vielleicht kommt wenn man logisch überlegt dann kann das ja schon mal klar so ich bin echt froh dass ich das nicht ausgeschaltet habe dass man nicht dass man die Chatnachrichten gar nicht erhält werden so was auch keine Geräusche gibt weil sonst wären es hier unter den Chatnachrichten nicht ich bin dabei gibt es jemanden die ganze Zeit ich bin ich bin ich bin ich bin aber es gibt die passen ich bin ich bin es ist vielleicht es gibt es doch nicht nein es so was ist dann überhaupt zusammen ich dachte es wird ein einfaches scheiße ich bin eh kann man die Puzzleteile nochmal wegnehmen nein ok die gehören schon hier hin aber das ergibt keinen Sinn es ergibt einfach keinen Sinn und das hier vielleicht hier und das hier vielleicht hier und das hier vielleicht das hier aber das hier kann der SN boah es gibt's doch nicht es haaah das hier ist das hier ist das hier ist